so lange bis wir tot sind es war für mich abzulenken ich versuche mich hier zu konzentrieren auf den start zu drücken megaman dann fragst du mich denn deine meinung scheiß egal wird damit nur noch mal zum ausdruck bringen dann glaube ich auch schick schießen oder er kann aber beim schießen nicht laufen und er kann man auch nicht schießen habe ich übrigens zu tanken kurz ich habe ja dann mitbekommen dass es in den das ist in den e-shop kommt und ich dachte aber das wäre die supernissfassung habe ich total überlesen dass die von gba ist wirklich erstmal schön über die mini bildschirm ausschnitt suchen kann man nicht doppelsprung zum neuzeit scheiß doppelsprung richtungsschießen keine geduld hast ne geduld ist okay so fette sau das ist vielleicht für waffen später oder so das kann sein das war das war das war muss glaube ich nicht dach einspringen die springen ja hochkommt die quietschmucke ja klingt ein bisschen furchtbar ja so wie das spiel bisschen angst gerade ein bisschen respect ein bisschen respekt das ist jetzt ist es noch einfacher wie es ein bisschen groß für die welt ja aber ich glaube mega man haben auch so groß gemacht oder ja das komische robo boss und instant den kamera ausschnitt ein stück nach hinten oder so ja darum kotzt mich das so an dass es die gwa fassung ist weil das fassung ist es halt nicht so ist jetzt im sturm ich werde nach links gestorben also ich dachte du gehst einfach scheiße was hier mit drucken die dem einfach neue fähigkeiten seine salve seine wund und heilsalve wo komm mal hier das wächst rotomann rotomen rotomen gold gold aus einem moment das ist auch dabei alt downloadet euren daten nun robot wurde dort und sollen hörten noch ein käfer ich warte kürze silenzium war wo ich den orgen zweiteilt wir sind das in evil game megaman wie vor einem show dieser öfter king brotoman ist auch so einer der absolut gar nichts kann der konnte man da macht aber nichts das ist hier nicht mehr wenn zwei naja ok wenn er sich weit genug auf wenn jemand triffst dann dann muss dabei schaden stehst zu weit vorne möglich so stehe ich natürlich gut davor bin dem dauerfeuer gedöhnt muss ich mich nicht mal irgendwie anstrengung der taste zu drücken das war jetzt ein bisschen halt gut war ein bisschen kinder kacke guck mal wie es ist nicht schlecht aus ja da steht der gesche böse aus ist er böse weiß ich nicht was so viel oder holt der kalte mann gold case man gott wie er aus die kohle oha das gut gemacht was kann kann nickel ja du rektal rakete geh ruhig da hoch die hasse ich ja aber süß oh guck mal das ist getötet Kaiser Pinguin Kaiser König du hast eine CD was macht die CD? weiß ich nicht extra parts oder so kannst du rutschen? aber Megaman wahrscheinlich Megaman alle scheiße hier das ist so typisch Sonic was hier gerade passiert ist bist du aber zu schnell weiß nicht was von vorne kommt ein Gegner das war ja sein Kopf Vorsicht der Boden der pass auf den nichts passiert schlimm ist das ein Continue obwohl der Sprung ist natürlich echt praktisch ne? das ist zum Teufel das ist ein Schneemann aber bei der von der Bewegung her sehr flüssig ist so sieht gut aus vielleicht kommt was von oben runter ist das Gefühl? ja Schneemännchen mit Monobrauen bitte über da mitten hat rein ja das ist echt nett hä? aus dem Sprung würde ich sagen na schon ich dachte ich kann wieder wieder Lame hier hin das ist ein bisschen unfair von ihm oh das war aber ne? oder? so close so close eh so close water closet ok was ist das? was man mit irgendwas macht sind das Stacheln? ja da unten sind wir ein gut das man die kommen sieht so in der scheiß GBA Fassung äh stirbst du wenn du ins Wasser fällst? ja aber sterbe wenn du mich verschießt ja du musst du natürlich nicht nochmal machen sieht man wie für ein Leben man noch an? äh drück mal start was soll man da machen ne? wo? ja stirb stirb boah ey ich meine äh lebe was ist so ein Gastlon man hätte wahrscheinlich auch irgendwie nach unten ins Wasser gehen können das außer eben ja in die Stacheln Alter hat er gerade gepumpt? ja ja was ist denn das? weiß nicht oi dieser Bildausschnitt ist echt äh ja und jetzt? ja rüber jetzt ja rüber jetzt ich weiß nicht was passiert ist ja das haben sie echt miserabli gemacht da gehts ja lang da sieht man halt kaum ne? ja mit dem Eiswürfelchen pum 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 drehen die sich auf ihrem Mühlchen? ah Währung erhalten das war in dieser Währung früher hast du noch Health Upgrades oder so bekommen ey das wird jetzt natürlich nix ne? warum nicht? ein Boss mit 0 Health den ich nicht kenne äh wie lange du schon auf ihn raufballerst sind er erst da oben gib mal her ich zeig dir mal wie man es nicht macht na gut du hast jetzt volle Health ne? hast du nicht schon fett genug? ich mein ja nur dein Leben ist vielleicht Biershampoo äh bis irgendwie null die haben schon echt wenig Schaden aber wie dumm aber kannst du es schaffen guck mal der weiß gar nicht wo vorne und hinten ist Was macht er denn jetzt schon wieder? Oh ne, echt jetzt? Kannst du irgendwie hinter ihn geraten und dann das wieder ausnutzen? Ah, die Wolke. Scheiße. Ah, du Arsch. Kann man auch nicht abballern, ne? Nein! Ah, das war's. Alle? Ne. Komm, einer. Drei Farben. Wobei er Phase 2 genau einmal gemacht hat. Und ich nicht weiß, was da passieren sollte. Ist natürlich sehr gut, dass er sich auch einfach nicht umdreht, ne? Ja. Oh, wirklich. Oh, genau. Jetzt geht der Wolkenrotz los. Oh, ich bin schon wieder in diese Kack-Wolke. Oh, ich bin schon wieder in diese Kack-Wolke. Oh, ja. Keine Ahnung. Die Wolken hat mich fertig gemacht. Tschüss. Tschüss. Goodbye. Wir machen jetzt einen Break, ne? Ja. Break. Oh, tschüss. Tschüss.